Hey Odaya! Was ist eigentlich mit 5000 Abos Special? Ja, ich weiß, aber keine Ahnung, ist halt jetzt auch schon echt lang her mittlerweile. Was wird so lang her? Es ist zeitbar, was anderes jetzt zu machen. Was anderes machen? Was willst du denn machen? Mach ein Rap-Video. Mach mal was cooles jetzt. Ein Rap-Video? Ich kann auch gar nicht rappen. Egal, mach dir keinen Kopf. Ich mach das für dich. Wir nennen ein paar große YouTuber und dann läuft das Ganze schon. Ich denke, es ist keine gute Idee. Ich will nicht, dass uns irgendjemand hatet. Ja, ich weiß. Keine Angst. Ich habe das schon unter Kontrolle. Okay, aber bitte mach uns einfach keine Probleme, okay? Das wird schon. Vertraue mir. Ja. Ja. Das gibt's Bein. Jeder will auf YouTube sein, so wie Freeway Flow. Mach doch mal ein Giant, klar, hörst du mich nicht flohen? Keiner ist am Fahren, alle sind nur noch am Streamen. Der Winter ist so kalt, sie müssen alle Geld verdienen. Ich bin on fire, nenn mich Fabio Schäfer. Gras in meinen Reifen, kein Schlauch in den Rädern. Ich kann nicht fahren, denn mein Reifen ist platt. Bremsen von Sram und die Disbrakes sind nackt. Verpisst dich mit Appel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Meils sind geknackt. Verpisst dich mit Appel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Meils sind geknackt. Live. Short. Stunned. Mountainbike. Wehen von Ford. Stoked. Steinberg. Line by Fox. Go. Treyberg. Auf like wo. Stop. Fünf Uhr in der Früh, stehe auf. Fuck. No sleep. Auf der Strecke, denk an Lift. Pass. Parts sind teuer, brauch ein Nachlass. Put the money in my bike, do and do. Klass. Alle sind am crashen. Klicks gehen nach oben, Knochen brechen. Bist kein Rookie, bist ein Pro. Schluss mit deiner Anfängershow. Ich kann nicht fahren, denn mein Reifen ist platt. Bremsen von Sram und die Disbrakes sind nackt. Verpisst dich mit Appel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Meils sind geknackt. Verpisst dich mit Appel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Meils sind geknackt. Verpisst dich mit Appel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Meils sind geknackt. Verpisst dich mit Appel, ich fahre bergab. Was denkst du? Fett ist worden, oder? Was ich denke? Ich denke, jeder wird uns jetzt hassen. Während für alle in den Ver niet aufschauen? Ja, wir könnten das sagen. Oder wir sagen, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben und bis zum nächsten Video. Verpisst dich mit Appel, ich fahre bergab. Der Weg führt nach oben, die Mainz ist uns geknackt.